Bei uns ist jetzt Kommunikationsexpertin Silvia Agaschantl, mit der wir einen ganz entscheidenden Machtfaktor analysieren. Die perfekte politische Kommunikation. Christian Kern gilt ja als Top-Speaker und auch Sebastian Kurz ist extrem redegewandt. Aber auch Matthias Strolz und Peter Pilz kommunizieren auffällig gut. Wer hat nun welche Zielgruppe angesprochen und was wurde möglicherweise zwischen den Zeilen alles gesagt? Ich begrüße Silvia Agaschantl dazu im Studio. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, man kann generell sagen, dass Kommunikationsniveau und die rhetorischen Fähigkeiten der Spitzenkandidatin und der fünf Herren, würde ich sagen, waren so hoch wie nie. Ich beobachte ja jetzt schon viele, viele Wahlkämpfe. Wer hat denn von all denen am meisten überzeugt? Generell ja, das kann ich nur befürworten, auch im internationalen Vergleich. Lassen sich unsere Spitzenkandidaten definitiv blicken. Das heißt, das Niveau ist schon sehr hoch. Wer hat am meisten überzeugt? Es gibt unterschiedliche Strategien, in denen die einzelnen Kandidaten unterschiedlich stark überzeugt haben. Also zum Beispiel in der Körpersprache ist kurz ein wunderbares Beispiel, wie man es machen kann, auch wie man taktet. Zum Beispiel mit dem Pinzettengriff. Da hat er schon eine sehr, sehr überzeugende Körpersprache. Der Pinzettengriff war das jetzt offensichtlich. Ich habe schon geahnt, dass da eine Frage kommt. Richtig. Also Pinzettengriff ist das hier. Und wenn ich jetzt dazu nehme, ein Takten, dann sieht das so aus. Hiermit kann ich sehr stark betonen. Und das wirkt dann auch sehr souverän und kompetent. Wenn es jetzt um die Rhetorik und auch um die blumige Sprache geht, da führt zum Beispiel Matthias Strolz die Liste ganz vorne mit an. Also er verwendet wunderschöne Sprachbilder, wie zum Beispiel, ich habe einen Traum, ich möchte jedem Kind die Flügel heben. Oder das macht viele Herzen dunkler. Also all diese Bilder erzeugen wirklich nicht nur starke Geschichten, sondern natürlich auch Emotionen. Und da ist er ein sehr großes Kommunikationstalent. Wobei er mir selbst gestanden hat, dass in der letzten Wahlkampfwoche sich seine Frau dann zurückgezogen hat und ich glaube nach Deutschland gefahren ist. Ich glaube, der wurde das alles ein bisschen zu viel. Gut reden ist das eine, aber es geht natürlich jetzt darum, auch mit den richtigen Personen, seiner eigenen Zielgruppen, den potenziellen Wählerinnen und Wählern zu sprechen. Wer hat denn da am besten seine Zielgruppe angesprochen? Also Kurz war durchaus sehr gut, war auch breitenwirksam und hat es auch geschafft, neben dem älteren Klientel auch die Jungen und auch Frauen sehr stark mit anzusprechen. Hat man auch gesehen an den Zahlen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wer weniger stark überzeugt hat, auch die hart eingesessenen Wähler, das war zum Beispiel bei den Grünen, Frau Lunacek, ist es nicht so stark gelungen, auch durch eine vielleicht nicht immer optimal geführte Kommunikation tatsächlich ihre Stammwelle auch bei Stange zu halten. Weil es jetzt Kommunikation sagt, da befindet sich die Botschaft ja auch so zwischen den Zeilen. Nicht alles, was man rüberbringen wird, wird ja verbal dann auch wirklich ausgesprochen. Wer hat denn bei der nonverbalen Kommunikation besonders überzeugt oder vielleicht auch Tricks angewandt, damit man eben Dinge rüberbringt, die man ganz bewusst gar nicht sagt? Welche Tricks gibt es in der nonverbalen Kommunikation? Also generell ist es sehr gut, mit einer offenen, großen Körpersprache zu arbeiten. Warum? Wir orientieren uns sehr, sehr gerne an Menschen, an Alphatieren. Das heißt, ich möchte gerne als Spitzenkandidat auch jemanden sehen oder haben, der ein Alpha-Gehabe zeigt. Und das schaffen mit einer sehr impulsiven Kraft und Stärke einerseits HC-Strache. Teilweise reißt er auch richtig die Arme nach oben, auch hier in Kinnhöhe oder Kopfhöhe. Ein bisschen weiter drunter, auch sehr imposant, macht das zum Beispiel kurz. Kern ist dann eher so im unteren Drittel unterwegs, er ist ja auch eine statische Ruhe. Alle auch sehr, sehr eloquent und da sieht man aber in der nonverbalen Kommunikation durchaus große Unterschiede. Auch spannend, nonverbal, zum Beispiel bei Frau Lunacek. Sie ist eine, die zum Beispiel sehr stark über die Augenwinkel kommuniziert und sich nicht mit dem gesamten Körper, dem Gesprächspartner zuwendet. Richtig, ja. Und deshalb sehr häufig, vermittelt das auch den Eindruck, einerseits einer großen Unsicherheit oder auch einer leichten Überheblichkeit. Jetzt, wo Sie das sagen, mit den Augenwinkeln stimmt das. Überheblich habe ich jetzt nicht unbedingt empfunden, aber das mit den Augenwinkeln, da haben Sie vollkommen recht. Genau, ja. Oder auch eine Unsicherheit. Ich widme mich ihm nicht ganz. Ja. Jetzt konnte man ja auch merken, in besonders emotionalen Situationen, da geht in den Kandidaten jetzt in Ihnen etwas vor, was Sie irgendwie durch eine Körperhaltung, durch nervöses Fuchteln eigentlich nicht wirklich, Sie wollen es verbergen, aber am liebsten hat man den Eindruck, man will das Gegenüber in den Boden rammen. Ja. Und da gab es seltene Momente, aber auch die gab es auch, dann hatte man den Eindruck, der andere wird jetzt besonders wertgeschätzt. Hat da irgendjemand besonders wild gestikuliert, wo man das am augenscheinigsten bemerkt hat? Mhm. Also sehr stark und impulsiv war ja auch zum Beispiel Kern, also sich sehr stark festgehalten hat, da hat man schon gesehen, boah, da gehen jetzt die Emotionen durch. Auch gegenüber Kurz immer wieder in diesen Zweerkonfrontationen, ja. Genau, richtig. Also das war schon zu sehen, dass Sie da sehr, sehr stark und kräftig sind und am liebsten zeigen möchten, wie viel Power dahinter steht oder auch sich durchsetzen wollen. Das hat man sehr stark gemerkt. Und insgesamt in der Körpersprache war schon auch zu sehen, teilweise versteinerte Blicke. Ich möchte mir nicht anmerken lassen, wie ich jetzt tatsächlich meinem Gegenüber stehe. Und größte Wertschätzung habe ich zum Beispiel auch gestern gesehen, einerseits bei Kern und Kurz, wo Sie auch allen anderen recht herzlich gratuliert haben. Das heißt auch den kleineren Parteien und zum Beispiel Pilz auch gewünschen haben, dass er den Einzug schafft. Das kann natürlich einstudiert sein und am Schluss ist es eh schon egal, die Würfeln sind ja schon gefallen gewesen. Ja, kann, habe ich da wirklich als sehr authentisch erlebt und ich habe es dann geglaubt. Es gibt natürlich auch immer wieder Don'ts, Dinge, die man nicht tun sollte. Sie passieren aber eben einfach, weil es einem möglicherweise in dem Moment gar nicht bewusst sind und es bricht einfach aus einem auch heraus. Was wäre denn das zum Beispiel? Naja, Dirty Campaigning, glaube ich, ist das Schlagwort schlechthin, was über den Wahlkampf 2017 steht. Ganz klar, auch absolute No-Go's sind zum Beispiel verbale Angriffe oder auch persönliche Untergriffigkeiten. Also das haben auch unsere Kandidaten stark erlebt. Und No-Go's ganz generell sind zum Beispiel auch Respektlosigkeiten, wie zum Beispiel nicht aussprechen lassen, wiederholt sehr häufig ins Wort fallen. Das sind so die ganz klassischen No-Go's. Das heißt, unterbrechen wirkt nicht als Stärkesignal, sondern einfach negativ als Unhöflichkeit. Richtig, und die Dosis macht das Gift. Das heißt, es ist auch die Frage, wie oft unterbreche ich wen genau? Also ein-, zweimal geht, aber permanent geht gar nicht. Genau, das ist ein Zeichen von Respektlosigkeit. Wenn Sie das als Profi jetzt so in Summe, und es gab ja unendlich viele Wahlduelle im Fernsehen, auch in Einzelinterviews, wenn Sie das bewerten würden in einem Schulnotensystem von 1 bis 5, jetzt in Summe den gesamten Wahlkampf, welche Note würden Sie jetzt den rhetorischen Fähigkeiten in Summe geben? Also das sehe ich durchaus bei einer 2, sprich bei gut. Und ich denke, wir sind da wirklich mit den Spitzenkandidaten auf einem sehr hohen, bis wirklich guten Niveau unterwegs. In Deutschland gab es ja eine Konfrontation. Angela Merkel hat sich nur einmal sozusagen überreden lassen, aufzutreten. Selbst das war ja nicht ganz sicher. Das war alles sehr staatstragend dort gegen ihren SPD-Herausforderer. Wie wäre denn das aus Ihrer Sicht bewertet worden? Naja, spannend ist ja vor allem auch diese eine Konfrontation versus unserem absoluten TV-Oberkill. Also da haben mir unsere Kandidaten teilweise sogar schon leid getan, weil das einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark war. Man hat natürlich auch den Vorteil versus Deutschland, je häufiger ich Konfrontationen habe, desto eher kann ich an meinen Skills feilen. Und ich kann auch gegebenenfalls einen negativen Eindruck dann wieder revidieren und beim nächsten Mal besser machen. Ja, ich hatte schon den Eindruck, am Ende des Tages hat es eigentlich allen in Summe schon gefallen, weil es war eine Möglichkeit der Profilierung. Und auch wenn es hart ist, es hat im Prinzip niemandem wirklich geschadet. Genau, und man hat auch gesehen, dass sich die rhetorischen Fähigkeiten durchaus auch erweitert. Und die sind teilweise ja auch gestiegen in der Kompetenz. War ganz toll zu sehen. Danke für diese gläserne Analyse. Vor uns stehen fünf nackte Herren, jetzt nur bildlich, und eine Dame. Wir wissen jetzt alles, was sie bewegt hat. Silvia Agerschantl, schönen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne, danke.